Und willkommen zurück zu Ali's Madness Returns Hallo Oh Aua Ha Oh Gut Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben Und ähm Ja, jetzt müsste es irgendwie weiter gehen Aber ich weiß noch nicht wie Also Da müssen wir auf jeden Fall dran vorbei Ähm, ja Hallo Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin Ich würde sagen Nein Genau dahin, wo ich gerade hin abgestürzt bin Oh Wieso Wieso Bin ich eigentlich zurückgesprungen Ich weiß es nicht Äh 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 Zumindest geben sie mir Lebenszug. Und wir müssen jetzt... ...nach da unten. Gut. Zu spät. Da, da, da. Kann ich die vielleicht schon abschieben? Nein. Okay, aber ich kann sie schon mal anvisieren. Das ist schon mal schön. Ja. Komm her, meine... ...liebe. Ja. Wo bist du denn jetzt? Ich höre dich doch. Versteckst dich jetzt dahin? Aha. Hier. Klappt doch. Jetzt darf ich nur nicht mehr sterben. Wieso komme ich jetzt da nicht dran vorbei? Na? Geht doch. So, hier unten. Soll es nach oben gehen? Gut. Machen wir mal. Für jeden Zweck gibt es ein Werkzeug. Sogar der unscheinbare Trichter hat seine Aufgabe. Wie soll sonst der Djinn aus dem Fass in die Flasche kommen? Nein. Erst mal gucken wir, was wir hier haben. Ach, nur eine Flasche. Kann es sein, weil, dass wir Flaschen für die alte sammeln? Könnte doch etwa so hinkommen. Äh. Ja. Eins. Wo muss ich denn jetzt hin? Dann drüber. Nein. Boah. Da sollte man nicht drüber springen. Zwei. Gut. Drei. Und wo muss ich jetzt hin? Ich würde sagen, ich muss nach da vorne. Wäre so meine... Einfachste Lösung. Ja. Cool. Nett. Oh, ich muss den steuern. Okay. 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 Ja. Ja. Sch*** Nochmal Kaputt So Runter Ehm, ya Okay Was für ein Scheiß Oh Warte Warte, 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 warte Jetzt Gut, mein Tag jetzt Ja Geschafft Okay Ja, ich würde sagen Wir sind im Keller angelangt Oder so ähnlich Aua Hallo Abkürzen, ja Oh, die Nägel sehen nicht so schön aus Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne Au Oh Yo Komm Zumindest ist diese Piste gut Huh, huh, huh Ah, komm Ich zerfalle in Stücke Ich bekomme Gänsehaut Das ist der reinste Puppenfriedhof Okay, da komme ich nicht dran vorbei Also oben durch Ja, natürlich Soll das Ding andeuten Soll das Ding andeuten, dass jemand Seine Kinder frisst Ich musste deine Familie in der Oxforder Leichenhalle identifizieren Deine Schwester war äußerlich unversehrt Was ich von deinen Eltern nicht sagen kann Oh Das sagt uns aber einiges So Das bedeutet Meine Eltern sind verbrannt Wow Wohin Ups Das war Etwas fehlgeleitet So, warte mal, wo war ich Wo muss ich hin Da oben Gut Also Einmal hier drauf Und dann Nein Mist 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 So Komm Wie kriegen wir das hin Also wir müssen Einmal So Und dann Verdammt noch mal Machen wir jetzt noch mal eine Runde Let's fail oder was Oh Scheiße Hier Schlaf Mir schläft Gerade mein Fuß ein Nein Das kann nicht wahr sein Komm Mein Fuß Scheiße So und spring Her Das ist gerade Etwas Scheiße So Spring Und Ach Ich kann da nicht vorbei Bye Bye 峰